Hessen lacht und isst nicht bäst, im Reugau gibt es Spundekäse. Butter, Sahne, Eier, Schmand, Dasch gemengt, nehm ruhig die Hand. Alles drin, halt nur Korkräppel und natürlich keine Äppel. Bärlauch, Kümmel, Pfeffer, Cracker oder dunkles Brot vom Bäcker. Alles gut und richtig ist, doch eine Sache wichtig ist. Beim guten Spundekäse muss säu, ein guter Rheingau-Riesling-Reu. Dann wird der Abend wunderbar, RSDS ein Dreimaljahr, vom Rollator bis zur Kinderschees. Spunde, Spunde, Spundekäse!